Musik Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir ein weiteres Unboxen für euch. Und zwar werfen wir heute einen genaueren Blick auf den GoPro Zero Flat Professional. Habt ihr bereits Erfahrungen mit GoPro-Anschuhen gemacht? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Viel Spaß beim Video. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.